Fuels. Okay, der Plasma-Bucket kostet 11 Millionen Coins, der mag mal 4 Millionen, der... Okay, der Lava-Bucket kostet 151.000, okay. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Hypixel Skyblock und ich bin mal wieder zurück, nach meinem Urlaub jetzt. Und die Welt von Hypixel hat sich ein kleines bisschen verändert. Das Ding ist jetzt hier gerade voll mit Zeug. Voll mit Schnee und Geschenken und allem. Und vor allen Dingen gibt es hier in der Lobby versteckt so kleine Geschenkkästen hier. Oh, das habe ich schon fast gefunden. Und da drinne kann Zeug sein. In den meisten Fällen sind es 2000... Oh, das Karussell ist aus. In den meisten Fällen sind es 2000 Geschenkmünzen. Äh, äh, 2000 Hypixel-Erfahrung. Und da habe ich ja schon ein bisschen was, wo ist mein Level hier? Äh, Arcade Games... Wo ist mein Level? Das war hier, ne? Mein Profil war das. Ähm, genau, Hypixel-Leveling. Ich bin gerade Level 11, brauche noch 18.500 bis zum nächsten Level. Habe bereits freigeschaltet 10.000 Arcade-Münzen, 5 Münster-Rin-Staub, 5 Staub, nochmal 12 Münzen. Äh, ich habe einen Booster, den ich noch einsetzen kann, den habe ich noch offen. Äh, der ist freigeschaltet. Genau, den Zweifach-Münz-Multiplikator habe ich schon. Ähm, okay, noch mehr Arcade-Münzen und Münz-Booster. Nächstes werden dann wieder Arcade-Münzen verfügbar. Und, äh, ja. Die Level bekommst du halt eben, wenn du Midi-Game spielst. Oder eben jetzt hier, wenn du die Geschenke findest. Äh, dazu gibt es dann noch Währungen für verschiedenste Spiele. Ich habe jetzt Münzen für TNT-Games bekommen. Und andere Geschichten, wir können kurz in den Chat nochmal gucken. Ähm, da habe ich bekommen zum Beispiel Smash Heroes, 5000 Smash Heroes Münzen. Davor gab es TNT-Games Münzen. Und, ich gucke mal, ob ich noch was anderes finde. Hier noch ein Geschenk. Ich würde mich nicht wundern, wenn es hier auch tatsächlich Dings gibt. Ähm, Skyblock-Rubine dann. Oder Skyblock-Währung zum Kaufen von Sachen Skyblock. Aber, die Geschenke sind halt dann doch wieder gut versteckt. Also, ich müsste die erstmal finden. Ich gehe mal in die Burg, da war ich noch gar nicht. Äh, das heißt, wenn wir da ein Geschenk finden, dürfte es auf jeden Fall noch neu sein. Ich muss es nur halt eben irgendwie finden. So, hier sind Köpfe. Das sind keine Geschenke. Das sind Kronen oder was auch man sagen soll. Oder Kelche. Aber Geschenke, die fallen hier wohl kein Weihnachten, wie es aussieht, ne? In der Burg. Ich finde es halt so krass, wie die wirklich die Welt so weit verändert haben, ne? Okay. Also, hier in der Burg sehe ich jetzt gerade noch nichts. Aber die größte... Ich habe auch noch eine Angel bekommen jetzt, mit Köder, Glut des Meeres und Neptuns Zorn, wodurch ich im Eis atmen kann. Äh, im Eis angeln kann. Ähm... Lass mich hier ins Dorf schauen vielleicht. Irgendwann irgendwelche Geschenke rum. Hm, hallo? Also, ist hier schon weinheitlich angebaut, hier alles, aber irgendwie... Das sind nur Köpfe. Hier gibt es Fisch offenbar. Aber keine Geschenke? Na nun? Die müssen doch irgendwo rumstehen. Ich brauche einen Geschenkekompass oder sowas. Es wundert mich hier, dass es hier jetzt gerade... Ich habe oben auf dem Startgebiet schon mal zwei Geschenke gefunden. In dem anderen Gebiet ebenfalls. Hier ist ein großes Geschenk, das zählt aber nicht. Es müssen ja, wenn dann diese kleinen Pakete sein. Die haben die aber offenbar echt gut versteckt hier. Ne, das ist nix. Hm... Hallo? Hier wird nur Kuchen. Ähm, hallo? Geschenke? Irgendwo? Irgendwas? Das ist ein Schneemann. Wenn wir mit ihm reden, ne? Ne. Da ist immer nur da. Äh, geht... Geschenke, 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 Geschenke. Da hängen wieder Weihnachtskugeln und Gelanden dran überall. So, hier ist die Hauptlobby. Da standen schon zwei, drei Geschenke rum. Also der Haupt, im Hauptgebiet. Äh... Hatte ich das schon? Hier ist das Jump'n'Run-Gedöns. Das lässt sich leider auch mit Fliegen nicht cheaten. Was haben wir hier? Bin sparkling hidden presence around, äh, every Lobby. Ah, in jeder Lobby. Okay. Das ist natürlich die, die finden, die sparklen. Und die sparklen hier nicht. Ne, die sparklen nicht. Okay. Ach, okay. Das hat mich hier ja teleportiert zum Angeln. Okay. Äh... Komme ich wieder zurück, oder? Natürlich nicht. Äh... Das ist aber nichts. Lass mal gucken, ob wir noch irgendwo anders was finden dann. Wir werden jetzt noch wenigstens ein Geschenk euch zeigen, bevor wir dann rüber gehen. Und mal gucken, wie viel Geld uns denn die Minions gemacht haben jetzt, in der Zeit, wo ich weg war. Ach, die haben hier draußen auch die Figuren... Guck mal. Auch die Figuren draußen haben sich jetzt verändert. What the fuck? Das ist ja mal heftig. Das ist nicht nur der normale Kringel drumherum, sondern auch jedes Mal wieder was Neues. Warten. Das ist der Scheiß. Äh... Hallo? Hier ist nichts. So, da ist die Burg. Da habe ich auch nichts gefunden. Echt oben drauf. Ne, hier ist nur einmal. Den Bogenschützen fehlt gerade der Skin. Also, dann ist es hier Schnee. Also, ungebohrt. Und hier sind auch die Galanten. Okay. Also, das ist schon mal auch weihnachtlich umgebaut. Nur aber keine Geschenke zu sehen. Links und rechts. Hm. Auch nichts, ne? Ne. Da ist das Dorf. Also, in der Hauptlobby sollten eigentlich 40 Geschenke versteckt sein, insgesamt. Ich habe jetzt gefunden. Oh, da ist eins, da ist eins. Das ist nur ein normales Geschenk, nicht Sparke. Ich fühle mich gemobbt. Ja, toll. Das kommt noch nicht dazu, dass du halt Geschenke hast, die halt eben eigentlich nur Deko sind. Du Sparke? Nee, Sparke. Nix, Sparke. Äh. Komm schon, ein Geschenk noch. Komm schon. Gib mir nur eins. Äh. Nur eins. Hier ist das... Wackelst du? Ja. Okay. Da gab es jetzt 5000 The Walls Münzen. Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich mit den Münzen machen soll. Äh. Wir werden aber sehen. Wie wichtig ist jetzt, wir gehen jetzt rüber in die Skyblock Welt und werden uns dort einmal umschauen, was denn unsere Minions uns generiert haben. So. Da. Los geht's. Äh. Da haben wir gerade eine Anzeige. Moment. Ich bin gerade verdeckt vom... Okay. Ich habe 7000 Coins. Aus der Bank alleine schon. Und ich habe ein ganzes Jahr in Skyblock überlebt, um zu sterben. Okay. Cool. Ich habe noch keine Ahnung, wie viel Geld ich jetzt durch die Minions gemacht habe. Das kriege ich vermutlich, wenn ich jetzt dabei gehe, ne? Also ich habe jetzt 44.000 Coins. Davon sind 7000 von der Bank selbst. Okay. Jerry hat ein Update für uns. Was gibt's hier? Äh. Skyblock, 18 November. ClickTV. Das ist gut, das kennen wir alles schon, ne? Das sind die... Updates, die wir bereits kennen. So. Keine Warnung, weil voll. Aber wir wissen, es ist voll. Äh. Oh. Okay. 162.000 Coins. 163.000 Coins hier. Oh, jeez. Oh, mein Inventar ist voll. Wieso ist mein Inventar voll, hä? Äh. Sekunde. Ich hab mir ein paar Sachen weg. Wieso kommen... Habe ich gebaut? Ich hab nur meine... meine Opfer ein bisschen vergrößert. Okay, die Kuh hatte keinen Hopper drin, ne? Das ist blöd. Äh. Da haben wir zwei Minions gemacht noch. Die hatte ich ja so gebaut, weil ich die über hatte. Da ist mein Lapis-Minion. Ich erinnere mich, da war was. Eskeletten-Minion. Hast du denn nur eine Kiste davor? Hast du noch nicht? Ja. Äh. Wenn du meinst, kriegst du noch mal eine Kiste hier rein gerade. Ach, genau. Das ist deswegen die... die Baugeschichte. Ja, ich erinnere mich. Äh. Kiste. So. Kiste und dann einmal da rein. Da kann ich da nämlich schon mal das Fleisch und das Leder rein. Was der hier gleich produzieren wird. Hier haben wir nur eine Schaufel. Die brauche ich erstmal noch nicht. Die hatte ich ja nur zum Craften, die ich aber nicht mehr brauche. Okay. Äh. Komm mal her. Ich komme da so nicht ran. Ist klar. Äh. Der Inventar ist wieder voll. Und wir haben hier nochmal den ganzen Spaß. Und wir haben gelevelt. Kuh und Leder. Das Leder ist cool. Zumindest das Rücks... Genau. Leder auf drei hoch. Wir haben jetzt den kleinen Rucksack bekommen. Äh. 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 Dann geben wir nochmal alles her. Äh. Du brauchen jetzt... Äh. Ne, 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 ne. Hä? What? Wait, what? Ja? Ja? Hallo? Hallo? Ja? 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 Ja. Dann töten wir die Kühe eben selbst. Der spawnt nur Kühe und tötet die... Jetzt bleib halt hier, du Arsch! So, dankeschön. Der braucht jetzt rohes Fleisch zum upgraden, der Kollege. Gönnen wir ihm das mal. Okay. Zack. Und wir brauchen noch mehr Beef. Wir haben nicht genug Beef da. Dann lassen wir ihn jetzt wieder machen und kommen dann später wieder. Aber wir haben gut was an Ladies bekommen. Das heißt, wir können dann auch anfangen, den Rucksack zu zaubern, bei Gelegenheit. Äh, das brauchst du nicht. Gut. Dann kurz nochmal die Sachen wegpacken, die wir nicht brauchen. Zum Beispiel die Knochen und die Federn und das ganze Spaß hier. Meine ganzen Kisten sind wieder voll mit Scheiße, ne? Oh Mann. Okay, das können wir behalten. Äh, so. Stein, den... Okay. Jetzt können wir den leer machen, den Kollegen. Danke. Und dann gleich mal craften wieder. Ne, im Leech. Den Klassiker. Erstmal den Weizen. Äh, der lässt hier nur zum Dings umwandeln oder zum Farming-Talisman. Ähm, sobald wir den, 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 den Talisman haben, den, den Rucksack haben, können wir den nochmal dann mal verändern. Da können wir den nochmal nutzen dann. Ähm, und die hier können wir benutzen für den Box... Genau, die Box of Seeds. Das können wir auch mal machen. Die gibt es dann auch noch ein bisschen mehr, mehr Geld. Dann haben wir auf jeden Fall einen höheren Langzeit-Storage nochmal. Okay, ähm... Sieht's haben wir hier drüben drin, ne? Bin wir grad nochmal mit und machen wir den Craften nochmal hoch. Zack. Und... Weg den Rest. So. Dann haben wir hier das Weizen grad noch. Dann haben wir nochmal ein paar Dinger draus. Ein paar Heuballen. Danke. Und der Rest geht wieder ins Lager. So. Und du, dass wir weitermachen. Viel Spaß damit, ne? So. Was haben wir hier? Der Cobblestone-Horst. Die hat uns generiert... Oh, nicht viel. Äh, nur 16.000, knapp 17.000 Coins. Das ist der Weizen-Kollege, ist ja dort nicht besser. Obwohl, das ist 8, ne? Ne. Das ist doch, das ist 8. Und du bist... Auch 8. Das heißt, der Weizen-Minion ist definitiv besser als der Cobblestone-Minion. Aber, ja. Ich bin jetzt nicht unerwartet, weil es ist halt Cobblestone. So. Okay. Ebenfalls hier hochcraften. Zudem Enchanted. Und dann... Weg den Rest. So. Wie sieht denn das Dschungelholz aus bei dir? 22.000. Auch nicht so viel mehr. Okay. Das... Der Weizen-Kollege ist um Längen. Aber das ist aber auch nur ein Sechser. Okay. Äh... Dann haben wir ein bisschen was an Dschungelholz da. Das können wir direkt so reinpacken. Falls wir dann was brauchen für... Eventuell werde ich den aber auch später setzen durch den Rest-Zone-Minion dann. Äh, so. Kommen wir zu den Oak-Minion. Du hast... 25.000. Auch nur einen Siebener. Aber viel besser werden die tatsächlich offenbar nicht. Okay. Äh, zack. Den wir uns mal. Und auch hier. 25.000. Genau. So. Dann einmal wieder das bessere Holz. Den Rest mit aufsammeln. Und auch hier 25.000. Alles klar. Okay. So. Und dann einmal... Umwandeln und den Rest wegpacken. Dankeschön. Dann können wir bald sogar die größeren Kisten machen schon. Die brauchen ja viel, viel, viel Holz. Okay. Gut. Also. Das haben wir, das haben wir. Jetzt der Eisen-Minion. Das ist ja gut. Und wir haben... Pfff. 33.000. Okay. Auch der Kollege ist nicht besonders gut. Sehr enttäuschend. Sehr, sehr, sehr enttäuschend, das Ganze. Ich meine, es sind 33.000 Coins. Da würden wir jetzt nicht drüber schleiten. Das ist eine gute Menge. Aber es ist halt nicht so viel. Okay. Und damit haben wir jetzt unsere Minions verarbeitet. Wir haben jetzt bekommen um die 300 und 12.000 Coins. Für einfach nur, dass sie da sind. Ich würde sagen, das haben wir schon mal eine gute Ecke. Was wir jetzt machen werden, ist, wir gehen jetzt eine Runde Redstone farmen. Und werden dann einmal... Den Redstone-Minion bauen. Denn den brauchen wir später auch für diese komische... Für diese komischen Talisman-Taschen. Ich glaube, wir sollten also am Anfang uns mal... Ah, warte mal, habe ich den schon gemacht? Nee, ne? Der Kohle-Mini fehlt ja noch. Auch nochmal 27.000. Okay, der verkauft auch nur 1 zu 1. Seht man das, ne? Das ist so... Der Preis für die Kohle ist jetzt nicht so geil. Also auch das wiederum... Naja, egal. Haben die noch Holzkohle da? Nee, ne? Haben sie nicht, ne? Nee. Dann können wir mal ganz kurz ein bisschen Holzkohle machen gerade. Für die Dings. Als Minion-Upgrade... Das nächste Minion-Upgrade, was wir machen sollten... Das wurde auch schon in den Kommentaren mehrfach erwähnt. Das hatte ich auch schon mal in einem der Videos gezeigt. Ist dieser Lava-Eimer. Nicht der, sondern der Magma. Nee. Genau. Der Enchanted-Lava-Eimer. Da brauchen wir den verzauberten Kohleblock und Eisen. Und das ist ein permanenter. Permanentes 25% Upgrade. Das heißt, das ist... Ist das Fuel? Das ist Fuel, ne? Genau. Das ist Fuel. Das heißt also, wenn wir die Kohle nehmen hier und die upgraden zu dem Spaß... Dann bekommen wir... Es ist halt auf jeden Fall, wenn wir die Kohle-Mini weiter upgraden. Was braucht denn der für das nächste Upgrade? Ähm... 24 verzauberte Kohlen. Da habe ich nicht so viel da. Das heißt, der Plan ist folgendes. Ich sammle jetzt weiter hier die Kohlen ein. Eventuell kaufe ich sogar welche. Geld habe ich ja da. Oder wirkt... Lass uns mal... Wollen wir den Lava-Bucket mal kaufen jetzt? Wir haben ja das Geld ja da. Lass uns doch mal schauen, ob wir die nicht eventuell sogar kaufen können. Dann sparen wir uns nämlich die Kohle und können uns dann in Zukunft darauf konzentrieren, den Lava-Bucket zu aktualisieren. Ist natürlich die Frage, ob wir hier das kriegen vermutlich nicht, ne? Oddities... Wurz und Fisches... Vermutlich kriegen wir den hier nicht, oder? Doch hier! Fuels! Okay! Äh... Der Plasma-Bucket kostet 11 Millionen Coins. Der mag mal 4 Millionen. Der... Okay, der Lava-Bucket kostet 151.000 Euro. Okay. Okay. Ähm... Was kostet mich denn die Kohle? Mining... Kohle... So, der Encharted-Block of Coal kostet... Aha! Und für den Lava-Bucket brauche ich doch nur... Ach, brauche ich 2. Okay, gut. Und dann ist das hier doch wieder teurer. Okay. Ha! Wir könnten natürlich die Holzkohle kaufen als Fuel. Dann brauchen wir den nicht craften. Tatsächlich. So. Ist das ein guter Preis? Äh... Quizzerlaufer? Bin gerade unschlüssig. Äh... Äh... So, die Enchanted-Cole ist ja... Ah ja! Da hat man die Raw-Crafting-Kost. 640 Coins. Verkauft wird sie für... 1600. 1600. So... Das benötigt 10 Coins. Okay, die Raw-Crafting-Kost. Was zeigt ihr mir da an? Ich brauche ja... Ich brauche ja für... Einmal Kohle... Brauche ich ja... Für einmal Kohle brauche ich... 160 Kohlen. Okay. Okay. Als 160 Kohle macht eine verzauberte Kohle. So. Ich kann jetzt hier kaufen beim Bazaar... Die Kohle... Für 10 Coins. Äh... Äh... Die Kohle ist wieder hier am Tisch. Leave my desk alone. No. Ähm... So, der verkauft hier gerade 250.000 für 10. Und dann 150.000. Okay. Das heißt, da ist auf jeden Fall... Genug da. Also 10 Coins. Das heißt, für eine verzauberte Kohle... Würde ich... Würde mich 1600 kosten. 1600 Coins. Okay. Ich kann sie aber kaufen... Für 1300. Also ich mache... Ich spare auf jeden Fall Geld... Wenn ich mir die Uncharted Kohle direkt kaufe. So. Wenn ich jetzt... Äh... Das sind wieder 160, ne? 64... 64... Ja, das sind wieder 160. Genau. Das ist also hier aber wieder 160... Von der verzauberten Kohle. Okay. Das heißt... Bei einem Preis... Bei einem Herstellungspreis... Von 1600. Schauen wir davon aus. Mal 160. Warte. Mir ist sofort zum Rechnen. Also 1600... Mal 160. Wenn wir bei... 256.000... Coins... Pro verzauberten... What now? Das kann aber gar nicht sein, oder? Das wäre super billig, wäre das ja. Ja, 160. Ja, 160. So, mal 10. Wer 1600 Coins... Für die Grundvariante. Das nochmal mal 160. Wow. Also es würde mich... Wenn ich die Kohle kaufen würde, würde mich ein verzauberter Kohleblock 256.000 Coins kosten. Selbst wenn ich die billige Variante nehme für 1300 aus dem Bazaar... Bin ich nur bei 208.000. Die hier verramschen... Und das ist das Beste, was ich mir dafür einwählt. Die hier verramschen... Die Kohle... Für so wenig Geld. Ich habe mehr davon... Wenn ich die Kohlen verkaufe direkt hier. Selbst beim Verkaufspreis von 5,9. Okay. Hier kauft einer für 5,4 Coins oder 6,5... Ich kann immer die teuerste erfüllen? Keine Ahnung. Selbst bei 5 Coins pro Kohle. Nehmen wir es mal 5. Also 160 mal 5. Wir sind bei 800. Das normal mal 160. Sind wir bei 128.000 Coins. Wenn ich die fertige Kohle... Wenn ich die Kohle nehme und hochcrafte. Es ist besser für mich, wenn ich die rohe Kohle verkaufe. An bestehende Orders. Und dann den fertigen verzauberten Kohleblock kaufe. Okay. Ja, dann machen wir das. Äh... Ich habe... 960 Kohle auf Tasche. Und kann sie direkt verkaufen. Äh... Ich kann sogar einfach eine Sell-Oder erstellen. Einfach mal hart undercutten. So. Äh... Save-as-Best-Offer. Das wären dann 9.400. Oder... Mit ein bisschen weniger. Machen wir den hier. 10% Off-Split. Dann habe ich 9.000 Coins. Obwohl das fast schon egal ist, oder? Ich brauche 25.000 Kohle... Ja, 25.000 Kohle bräuchte ich für ein Dingens. Die verzauberteste Kohle. Vielleicht mache ich lieber die verzauberte Kohle und verkaufe die dann einfach. Da habe ich sogar mehr davon, ne? Und die Holz-Kohle verkauft sich für Fisch für weniger Geld. Aber ich brauche bei der Charcoal auch ein bisschen weniger, aber nicht so viel weniger. Ne. Also ich glaube, es wäre am sinnvollsten, wenn ich jetzt hier die Kohle hochcrafte. Die verzauberte Kohle instanzelle. Und dann kaufen wir uns die... Die Dings. Die Kohleblöcke. Das ist ja ein bisschen lame, oder? Äh, um den Lava-Bucket... Was bräuchte ich denn... Warte mal, was bräuchte ich denn für den Lava-Bucket als Dings eigentlich? Äh... Der braucht Kohle 8. Habe ich Kohle 8? Collections... Mining... Ne, nicht ganz. Okay. Also ich könnte den noch gar nicht herstellen. Wir müssen also noch weiter Kohle fahren gehen. Okay. Dann machen wir jetzt folgendes. Wir erstellen jetzt der Verkaufsorder für unsere Kohlen. Für alles, was wir haben. Ich kaufe jetzt erstmal ein bisschen Holzkohle nochmal. Weil ich kriege nicht genug zusammen für die... Für genug Lava-Buckets. Dann packe ich lieber mein Geld in die Bank dann. Kaufe noch ein bisschen Holzkohle erstmal. Das ist hier nur 25%... Das war sogar 30% Pusten, ne? War das nicht sogar 30% Pusten mit der Holzkohle? Äh, Kohle... Ne, 20%, okay. Also ein bisschen langsamer. Okay. So. Da möchte ich es gerne haben... Kaufe erstmal sieben Stück. Oder acht. Acht für meine Minions. Dann haben wir zumindest schon mal für 36 Stunden wieder Ruhe. So. Jetzt gehen wir, verkaufen wir. Machen wir eine Verkaufsorder. Für unsere Kohle. Und machen die einfach mal einen 10% Spread. So. Setoffer. 9,6. 970 Kohle. Okay. Das gleiche für die verzauberte Holzkohle. Zack. Hier können wir direkt Instant Sellen, würde ich sagen. Das nimmt sich nicht viel. Kriegen wir 21.000 Coins für. Mit einer 1,2%... Äh... Set. Okay. Und wir haben 22 Coins gemacht beim Verkaufen des... Der Kohle. Okay. Ist ein bisschen doof, dass du halt echt dadurch mehr Geld machst. So. Und wir packen mal den gesamten... Kompletten Bank am Ende. Jetzt haben wir die halbe Mille Coins auf Tasche. Okay. Weil wenn ich jetzt sterben wollte, wäre das echt teuer. Okay. Und damit sind wir... Schon mal ein gutes Stück weiter. So. Ich packe jetzt mal noch ganz schnell die Kohlen in die Minions. Und dann können die wieder arbeiten. Und dann geht es in der nächsten Folge darum, den Redstone in den Herd zu stellen. Damit wir dort entsprechend dann vorwärts kommen. So. Kommt das Meer her hier. Hier kriegt ihr jetzt jeweils eine Holzkohle. Damit ihr wieder ordentlich was leisten könnt. Die geben mir jetzt auch regelmäßig Geld. Wenn ich mal wieder nicht schnell genug bin. Mit dem Leermachen. Ist also schon mal nicht so schlecht. Ich habe neun. Ich habe neun Minuten. Wann ist das denn passiert? Gut. Den Dings mir nicht mehr weglassen. Den... Den Jungle manieren. Den brauche ich nicht unbedingt. Ups. So. Und... So. Fertig. Dann lass den machen. Aber der Weizenminion hat mit Abstand die meiste Kohle gemacht. Das überrascht mich. Gut. Das war's gewesen. Dann wird die Folge jetzt erstmal. Nächste Folge dann Redstone-Farmen gehen. Und Redstone-Minion erstellen. Und hoffentlich... Redstone-Farmen für die Talismantasche. Und anfangen Rucksäcke zu bauen vielleicht. Und Seed-Taschen. Dafür haben wir das Leder ja gemacht gehabt. So dass wir da langsam aber sicher vorwärts kommen. Und... Äh... Progress machen. Und mal schauen, ob sich denn unsere... Unsere Kohle verkauft. Weil es sollte eigentlich. Das war jetzt nicht so teuer. Aber die Frage ist, kauft wirklich jemand Kohle in so großen Mengen? Weiß es nicht. Das macht ja irgendwie keinen Sinn, die Kohle zu kaufen. Du kaufst halt dann doch lieber die großen Blöcke, weil die halt eben besser sind. Es sei denn, dass du willst craften. Das kann es natürlich sein. Dass der Preis letztendlich so hoch ist, weil die Leute halt eben hochcraften wollen. Und um die Carpenter XP zu bekommen. Das wäre eine Option. Hm. Okay. Anyway, wir werden sehen, wie es in der nächsten Folge läuft. Und wie sich der Bazar jetzt verhält. Das war's für die Folge gewesen sein. Wir wünschen euch, wenn es dir gefallen hat. Gerne bis zum Skriben. Und im Gegensatz zu den Wieslinien. Da gibt es mehr von mir. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss, tschüss.